Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Aufgebrauchvideo für den Monat Januar und zwar im Bereich Pflege. Und es ist nicht so viel, habe ich zumindest im Gefühl. Ich weiß jetzt gerade gar nicht die Zahl, die sage ich euch auf jeden Fall am Ende. Aber jetzt würde ich einfach sagen, ich starte direkt mit dem Video. Und ich starte wie immer mit unspektakulären Sachen, wünsche euch viel Spaß und los geht's. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist von Brokkudent die Ultrasoft Zahnbürste. Ich hatte keine mehr von der M hier, deswegen habe ich jetzt die benutzt. Und ja, die ist okay. Ich mag aber die von der M irgendwie lieber. Ich finde, da ist der Kopf ein bisschen kleiner. Aber die kann man auf jeden Fall im Notfall auch mal kaufen. Dann habe ich meine festen Seifen einmal ausgewechselt. Und zwar einmal habe ich hier die The Body Shop Mango Seife jetzt im Bad in Benutzung. Da war vorher die Shea von The Body Shop, aber die ist jetzt mittlerweile so klein. Und schon richtig, ja, so schmierig. Deswegen habe ich die jetzt weggeschmissen. Ist aber wirklich nur noch ein kleines Stück gewesen. Und habe jetzt eben diese hier in Benutzung. Die ist nicht schlecht. Die hat einen sehr, sehr schönen fruchtigen Mango Duft. Die ist jetzt nicht so cremig wie die Shea Seife. Die Shea Seife war cremig. Die hier ist halt so, ja, durchsichtig quasi, orange. Finde ich gut. Und ich finde die sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Und, ja, würde mir da sogar überlegen, ob ich mir wieder eine von The Body Shop nachkaufe. Weil ich finde, dass die wirklich sehr stark rückfetten sind. Und die mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Und in der Dusche am Waschbecken habe ich jetzt von Nivea die Strawberry & Milk reingefüllt. Da war, glaube ich, vorher von Balea eine drin. Und, ja, das ist hier eben mit Erdbeerduft. Die ist auch okay. Die riecht halt sehr, sehr sanft. Und, ja, kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Denn die habe ich ja erst auch gefüllt. So, und dann kommen wir jetzt zur Haarpflege. Da habe ich nicht so viel leer gemacht. Und natürlich sind hier auch wieder recht viele Pröbchen mit dabei. Durch die Adventskalender. Und, ja, jetzt würde ich aber einfach sagen, ich starte einmal mit der Haarpflege durch. Hier habe ich einmal von Schwarzkopf Fresh Light Peony & Smooth einmal Shampoo und einmal Conditioner leer gemacht. Das soll halt die Haare weich machen und gegen Frizz helfen. Und die riecht super, super gut. Die riecht blumig, fruchtig, diese Serie. Und das ist richtig toll. Ich mag das. Leider gibt es das ja so nicht mehr, was ich sehr, sehr schade finde. Vielleicht kommt dieses Jahr im Sommer nochmal so etwas Ähnliches raus von Schwarzkopf. Ich fand das Abo sehr, sehr schön. Und bin aber jetzt auch froh, dass es eben leer ist. Dann habe ich hier einmal von Designer Professional die Spülung. Arganöl und Pflege leer gemacht. Extrem strapaziertes und trockenes Haar. Die ist mit Arganöl und Pflaumenkernöl. Und die war im Adventskalender meiner Mutter. Also die kleine Größe fand ich auf jeden Fall nicht schlecht. Der Duft ist jetzt nicht zu 100% meins. Aber ich habe das in groß da, weil ich wirklich die Wirkung, den Effekt auf die Haare sehr, sehr schön finde. Und ja, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und dann habe ich hier einmal von Sios Renew 7 Complete Repair das Shampoo leer gemacht. Ja, war okay. War okay. Es hat die Haare sauber gemacht, aber es hatte für mich jetzt keinen sonderlichen Effekt. Deswegen würde ich es mir auch nicht nachkaufen. Und einmal von Darf Intensiv Repair Shampoo. War auch nicht so meins. Würde ich mir auch nicht nachkaufen. Ich mag zu einem den Darf Duft nicht so gern. Und ich fand den Effekt auch nicht so toll. Muss ich ehrlich sein. Also würde ich mir nicht nachkaufen. Dann habe ich hier einmal eine Haarkur leer gemacht. Und zwar von Garnier Ware Schätze. Die 3 in 1 nähere Nativenpflegemaske. Und zwar Kokosmilch und Macadamia. Ich bin hier recht froh, dass die jetzt leer ist. Einfach weil die schon recht alt ist und ich Angst hatte, dass sie jetzt kippt. Ich habe die jetzt wieder da, weil die liebe Lena mir das in dem Weihnachtspaket zugeschickt hat. Mit Shampoo, Spülung und Haarkur. Da werde ich mich auf jeden Fall heransetzen, dass ich das schnellerer bekommen wie diesen Tegel. Aber ich mag die im Allgemeinen sehr, sehr gern. Also die sind wirklich schön für die Haare. Man braucht nicht viel Produkt. Die riechen alle toll. Finde ich klasse. Dann kommen wir zur Gesichtspflege. Da sind es zwei Sachen geworden. Und zwar einmal Waschgel und Augenmakeup Entferner 2 in 1. Und einmal das erfrischende Waschgel für normale Mischhaut. Eben aus dem Adventskalender auch. Und ja, ich finde die beide gut. Ich glaube, dieses Lidane hier ist dieses Micellenwaschgel von Balea in der pinken Verpackung mit Grapefruit. Und das erfrischende Waschgel ist das Blaue aus dem Standardsortiment. Also so hat es für mich zumindest gerochen. Und so hat es sich für mich auch auf der Haut verhalten. Zwei Lippenpflegestifte sind tatsächlich auch leer gegangen. Und da bin ich auch echt froh drum. Denn die hat sich jetzt eine ganze Weile einmal am Waschbecken steht und einmal in der Handtasche. Und zwar stand am Waschbecken von Balea die Variante Sweet Lips. Die war echt toll. Ich mochte den Geschmack super gerne. Es war, glaube ich, mit Himbeer und Kirsche. Es war sehr, sehr süß. Es hat mir aber super, super gut gefallen. Es war jetzt nicht super, duper reichhaltig. Aber es hat auf jeden Fall die Lippen ein bisschen gepflegt. Fürs Waschbecken auf jeden Fall komplett ausreichend. Und dann hatte ich einmal hier den Crazy Coco in der Handtasche. Den fand ich auch sehr schön. Der hat gut gerochen. Der hat auch die Lippen so ganz leicht weich gemacht. Und ja, wenn es die noch geben sollte, würde ich mir beide nachkaufen. Ich glaube aber, dass es beide nicht mehr im Sortiment gibt. Dann habe ich auch zwei Handcremes leer gemacht. Davon ist eine auch eine Probiergröße gewesen. Und zwar einmal von Yves Rocher Golden Tea. Die Handcreme, die war okay. Hier waren 30 Milder drin. Und ich fand die ruch so ein bisschen kräuterig. Ich habe die ganz gerne benutzt. Sie war angenehm. Pflegewirkung war jetzt nicht stark. Also ich habe momentan sehr, sehr trockene Hände. Und da hat die jetzt nicht viel geholfen. Aber der Duft war eben ganz angenehm. Und für zwischendurch war die auch okay. Und dann habe ich hier noch von The Body Shop Pink Grapefruit die Handcreme leer gemacht. Ich denke, nächsten Monat geht die Vanilla Chai leer. Die ich mir Anfang 2018 im Säge gekauft habe. Aber ich habe mich jetzt erstmal an die noch rangemacht, weil ich die eben doppelt hier habe. Und ja, die ist sehr, sehr gut. Ich mag die The Body Shop Handcreme. Die sind meiner Meinung nach recht reichhaltig. Die kosten halt aber auch 6 Euro. Muss man sich halt überlegen, ob man das ausgeben möchte oder nicht. Ich kaufe die persönlich immer ganz gern, wenn Glamour Shopping Week ist. Und ja, finde ich klasse. Dann habe ich hier einmal von Balea den Rasierschaum Lovely Couple mit Feige Pfingstrose Magnolier leer gemacht. War wirklich toll vom Duft her. Ich habe aber, glaube ich, noch 4, 5 Rasurprodukte da. Also Rasierschaum und auch Rasiergel. Deswegen werde ich mir das erstmal nicht nachkaufen, sondern erstmal noch aufbrauchen. Aber finde ich auf jeden Fall schön. Duft war toll. Es hat die Haut wirklich nicht irritiert. Ich hatte auch das Gefühl, dass es ein bisschen ergiebiger war, wie die Rasierschäume, die ich von Balea früher so kannte. Aber auf jeden Fall fand ich den gut und würde mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Dann kommen wir jetzt zur Kategorie Duschgel. Hier habe ich wieder meinen Netzball aussortiert. Dieses Mal war der aber nicht von Rossmann, wie ich eigentlich immer die Netzbälle habe. Sondern der war jetzt von Müller. Der war in einem Geschenkset von Aveo mal drin. War okay. Hier ist aber relativ schnell dieser Bändel hier abgekracht. Das fand ich nicht so toll. Natürlich sind hier auch noch recht viel Winterdüfte dabei. Und zwar hier zu einem von Isana die Creme Dusche Cozy Dreams mit Sandelholz und Mandarine. Das habe ich mir 2017 im Winter gekauft. Musste also leer gemacht werden. Und ich finde dieses Fall in Love, wo es jetzt gab von Isana oder wo es noch gibt, riecht genauso. Finde ich super, super gut. Ich liebe diesen Duft. Richtig, richtig toll. Bin ich jetzt froh, dass ich das Fall in Love noch einmal da habe. Pflegewirkung muss ich persönlich sagen, hat dieses Duschtier jetzt nicht. Es ist eine einfache Reinigung. Ich persönlich lege aber auch eher Wert darauf, dass die Body Lotions danach gut pflegen. Und da bin ich dann eher so bei den Duschen wirklich aus dem Duft bedacht. Und der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wie gesagt, habe ich mir eben letztes Jahr, bzw. vor zwei Jahren noch gesichert. Ebenfalls aufgebraucht habe ich hier von der Balea Schönheitsgeheimnisse Serie die pflegende Duschcreme Goldene Milch. Und die riecht sehr, sehr gut. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist mit meiner liebste Sorte jetzt gewesen von denen, die ich getestet habe. Und ich habe jetzt noch da die Variante Kaktusfeige. Die werde ich jetzt dann leer machen, sobald es wieder ein bisschen wärmer wird. Aber auf jeden Fall mag ich das sehr, sehr gerne. Es ist ein super, super schöner Duft und sehr cremig, aber trotzdem irgendwie warm und fruchtig. Hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich hier einmal von Balea das Body Scrub Coffee in Coco, Kaffee Peeling mit Kokosduft. Hier muss ich sagen, dass ich das von Marc, also das teure, das habe ich für, glaube ich, 8 Euro bei der M gekauft, besser finde wie das hier. Aber es ist natürlich auch um einiges teurer. Aber trotzdem würde ich tatsächlich eher zum teureren tendieren. In dem Fall, weil ich das wirklich, wirklich besser fand wie das hier. Der Duft ist tatsächlich recht gleich. Ich würde sogar sagen, dass das von Balea einen Ticken stärker nach Kokos riecht, also einen Ticken parfümierter einfach ist. Hier ist es halt so, dass man wirklich diese Zuckerkristalle in diesem Peeling sieht. Also das ist wirklich einfach trockenes Peeling. Das von Marc ist so ein bisschen feucht noch. Da sind halt auch sehr, sehr viel Öle mit drin. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es die Haut so ein bisschen besser pflegt. Deswegen würde ich jetzt die von Balea nicht nachkaufen. Ich habe jetzt noch das mit Mandel da. Das werde ich natürlich noch leer machen. Aber nachkaufen würde ich es nicht. Aber wenn ich nur einen kleinen Geldbeutel habe, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall auch anschauen. Dann habe ich hier von Balea aus dem Adventskalender einmal die Krähenbusche mit Vanille-Honig-Duft. Die war okay. Dann habe ich hier von Averde die Pflegedusche Bio-Minze und Bio-Bergamotte noch leer gemacht. Ja, das war ein sehr, sehr frischer Duft. Habe ich einmal zum Duschen benutzt und den Rest dann als Badezusatz, weil der Duft mir nicht so zugesagt hat. Das war halt sehr Naturkosmetik-lastig vom Duft her. Ja, aber war auf jeden Fall nicht schlecht. Dann habe ich hier einmal noch teurere Duschen leer gemacht. Und zwar zu einer von Dresden Essenz. Ruhe- und Wohlbefinden-Dusche. War limitiert. Habe ich mir 2017 im Winter gekauft. Mag ich echt gern. Also der Duft ist wirklich sehr, sehr schön. Es riecht wirklich schön nach Macadamia. Sehr intensiv. Und mochte ich wirklich gerne. Ich habe jetzt erstmal noch genug Winterdüfte da. Und ich werde mir das aber, wenn es Ende des Jahres das geben sollte, würde ich mir das auch wieder kaufen. Dann habe ich hier einmal von Fah Coconut Milk die Duschdream leer gemacht. Habt ihr vielleicht letzten Monat meiner Duschgesammlung gesehen. Da war sie schon recht gut leer. Ich habe sie jetzt, glaube ich, noch einmal zum Duschen benutzt. Und dann eben als Fußbad auch wieder so ein bisschen für den Schaum. Sehr, sehr schöner Duft. Sehr gute Pflege. Ich liebe die Fah-Produkte. Und ja, kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Dann habe ich hier einmal von Palmolive Chocolate Passion die Bodybuttercremedusche leer gemacht. Sehr, sehr gut. Die habe ich auch schon seit Winter 2017 hier stehen gehabt. Deswegen musste sie einfach weg. War auch nicht mehr viel drin. Ich liebe diesen Duft. Ich liebe diesen schönen, warmen, tollen Schokoladenduft. Und würde ich mir auf jeden Fall auch auf dem nächsten Winter wieder nachkaufen. Und dann habe ich hier einmal von Ivea Fabulous Hibiscus die Pflegedusche mit Cranberry-Extrakt und Hibiscus-Duft ebenfalls leer gemacht. Und da war ja auch nicht mehr viel drin. Ich sehe gerade, da ist noch ein bisschen was. Das werde ich jetzt einfach zum Händewaschen noch benutzen. Ich liebe diesen Duft. Ich liebe diesen schönen, blumigen, aber dennoch fruchtigen Duft. Ich mochte das super, super gern und kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Falls ihr das noch irgendwo bekommen solltet, schaut euch das an. Dann habe ich hier einmal von Litamin Wellness & Care Mandelblütentraum die Duftöldusche leer gemacht. Das war so eine kleine Größe mit 50 Liter. Finde ich okay. Hatte ich schon öfters den kleinen. Hatte ich auch schon mal den großen. Würde ich mir nicht nachkaufen. Weil es einfach nicht so mein Duft ist. Dann habe ich hier drei Bodylogions leer gemacht. Und zwar eine große Größe und zwei Proben. Und zwar einmal von Aveo. Die Arganöl Bodylogion, die habe ich jetzt tatsächlich unter der Dusche als Indus Bodylogion benutzt. Denn die hat mir so nicht so gut gefallen. Die war nicht so, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ich habe halt gehofft, dass die so ist wie die von Balea. Also sehr ölig, sehr pflegend, sehr reichhaltig. Das war halt nicht der Fall. Deswegen habe ich die jetzt unter der Dusche benutzt. Einfach damit sie leer ist. Dann einmal von Neutrogena so eine kleine Probe. Und zwar ist das die Deep Moisture Bodylogion gewesen. Fand ich sehr, sehr gut. Würde ich mir tatsächlich auch in groß kaufen. Aber die ist ja recht teuer. Ja und ich habe noch so viel Zeug da. Deswegen will ich erstmal ein paar Sachen leer machen, bevor ich mir die in groß kaufe. Weil das ist einfach so ein schöner, neutraler Duft. Der aber trotzdem irgendwie anders ist. Und wo recht gut pflegt. Also ich finde wirklich, dass die, für das ist es halt eben eine Bodylotion ist und keine Bodybutter. Finde ich schon, dass die Pflege wirklich gut ist. Dann habe ich hier von Isana die Bodymilk Olive mit Olivenöl. Reichhaltige Pflege für trockene Haut. Hatte ich auch im Adventskalender meine Mutter drin. Finde ich wirklich nicht schlecht. Hatte ich auch schon öfters. Würde ich mir tatsächlich auch mal in groß kaufen. Aber wie gesagt, ich muss erstmal einiges leer machen. So, dann mache ich weiter mit der Fußpflege. Und da habe ich vier Produkte leer gemacht. Und zu einem von Malea das Fuß- und Schuh-Deo in Lovely mit Minzöl und Blutorange-Extrakt. Das gibt es ja so leider nicht mehr. Ich finde die neue Variante, das Feelwell mit Nanaminztee-Duft, ehrlich gesagt nicht so gut. Aber das hier war halt super frisch und total toll. Und ja, sehr schade, dass es das nicht mehr gibt. Aber es muss natürlich auch mal aufgebraucht werden. Dann habe ich hier einmal von Fußwohl wieder meinen Bimmschwamm ausgewechselt. Die finde ich ja wirklich gut. Dann habe ich hier einmal von Alverde Fußbadekristalle Weihnachtspunsch. Mit Bio-Zimtextrakt und Bio-Orangenextrakt und die dazugehörige Fußmaske leer gemacht. Die waren ja im Adventskalender. Finde ich vom Duft her toll. Es war ein wirklich schön weihnachtlicher Duft. Die Fußbadekristalle haben nicht so intensiv gerochen. Die Fußmaske auf jeden Fall. Die habe ich auch zweimal benutzen können. Und ja, fand ich auf jeden Fall beide schön. Dann mache ich weiter mit den Badezusätzen. Und falls ihr mich noch nicht so lange verfolgt, solltet ihr wissen, dass ich die Badezusätze immer für Fußbäder benutze. Sowohl wenn ich duschen gehe, denn ich habe eine hohe Duschwanne, als auch hier in meinem Zimmer in einer kleinen Wanne mache ich immer Fußbäder. Da geht so einiges leer. Ich bin einfach im Winter eine totale Frostbeule. Meine Füße sind irgendwie dauerhaft kalt. Und deswegen, ja, wärme ich die ganz gerne auf mit einem leichten Fußbad, mit einem schönen Duft. Und da ging jetzt den Monat auch wieder ein paar leer. Und zwar einmal habe ich zu Weihnachten bekommen von meiner Schwester von Wildsieben die Duschbombe in Mango. Ich hatte die schon mal in Rose und die fand ich wirklich toll. Ich muss sagen, der Mango-Duft hat mich nicht so überzeugt. Ich weiß nicht warum, weil ich liebe Mango-Duft. Und ich liebe ja fruchtige Düfte. Aber das war irgendwie vom Duft her nicht so meins. Es ist natürlich super, super cool. Man bricht das durch. Am besten tatsächlich in der geschlossenen Verpackung noch durchbrechen. Dann hat man das Gekrümel nicht. Und, ähm, ja, finde ich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Würde ich mir nachkaufen, aber in einer anderen Duftrichtung. Dann habe ich hier einmal von Valea das Badesalz Warm & Cozy. Und zwar ist es in Pflaume und Vanille. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Habe ich auch nochmal da. Habe ich mir einmal selber gekauft. Und einmal auch im Weihnachtspaket gehabt von der lieben Lena. Das gefällt mir wirklich gut. Das hat auch intensiv gerochen. Richtig gut und ein richtig schöner Winterduft. Dann einmal von Isana das Sprudelbad für Führung. Das ist mit Bärenduft. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Das roch nicht wirklich stark. Das hat nicht wirklich gesprudelt. Ähm, ja, würde ich mir jetzt eher nicht nachkaufen. Was mir aber ganz gut gefallen hat, sind die Badeperlen Herzenszeit. Ebenfalls von Isana. Und das ist eben auch mit Bärenduft. Das hat mir besser gefallen vom Duft her. War intensiver. Und, ähm, ich finde die Verpackung auch total schön mit den Teelichtern drauf und den Beeren. Finde ich richtig schön designt. Und dann habe ich hier einmal von CD dieses neue schäumende Badesalz benutzt. Und zwar reine Liebe. Auch mit Bärenduft. Das mochte ich auch gern. Das hat mir auch gut gefallen. Das ist halt so ein recht, ja, sanfter, cremiger Bärenduft. Aber fand ich auch echt gut. Dann einmal von Kneipp. Die Badegestalle fühl dich fröhlich. Blut orange und grapefruit. Fand ich gut. War wirklich angenehm. Ist ein zietrischer Duft. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Dann einmal von Kneipp. Badegestalle. Hashtag blaze to be mit Lotus und weißem Tee. Das habe ich auch nochmal da. Das fand ich nicht schlecht. Werd das andere auf jeden Fall auch noch leer machen. Aber ich glaube nachkaufen würde ich es mir nicht. Dann habe ich einmal von Dresden Essenzen Winterduft leer gemacht. Und zwar Winterglück. Das riecht meiner Meinung nach nach dem Winterbad. Mit Zilpnelke und Orange. Wo es eigentlich jedes Jahr gab. Nur halt in der neuen Verpackung. Finde ich richtig gut. Ich mag den Duft. Dann habe ich hier einmal von Dresden Essenzen das Pflegebad Sweet Violet. Mit dunklen Beeren und Vanilleblüte. Das habe ich jetzt so im Rossmann nicht mehr entdecken können. Ich hoffe, dass es das im DM noch gibt. Denn das hat mich sehr überrascht. Denn die Pflegedusche hat leider noch nicht intensiv gerochen. Aber das Pflegebad war richtig, richtig gut. Sehr intensiver Duft. Sehr, sehr schöne Farbe. Würde ich mir, wie gesagt, nachkaufen. Dann kommen wir jetzt zu den Masken. Und da ist es auch recht viel geworden. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass es gar nicht so viel ist. Es sind an der Zahl neun Masken. So, ich stelle jetzt erstmal mit den normalen Crememasken durch. Und dann geht es über zu den Tuchmasken. Hier habe ich einmal von Balea die reichhaltige Maske. Ja, die ist mit Hyaluron und Avocadoöl. Die hatte ich von der Cindy bekommen zu Weihnachten. Das sind acht Milliliter. Fand ich nicht so gut. Ich fand irgendwie den Duft nicht so gut. Aber ich mag ja allgemein so Avocado-Duft eher nicht. Ja, würde ich mir nicht nachkaufen. Dann habe ich hier einmal von Isana die Granatapfel-Mousse-Maske. Und das ist eine Wohlfühlpflege mit Granatapfel-Extrakt und Provitamin B5. Beruhigt die Haut. Und die mag ich echt gern. Ich mag den Duft. Ich mag das Gefühl auf der Haut. Ich mag die Konsistenz. Ich habe die jetzt noch einmal da. Und ja, finde ich klasse. Auch ein definitiver Favorit von mir ist von Cadea Vera die 2 in 1 Multimasking. Finde ich richtig gut. Das ist einmal eben oben für die T-Zone. Das ist eine lilane Maske. Und unten für die Wangen. Die ist eben so gelb-orange. Und ich finde vor allem diese gelb-orange Maske, die riecht so gut. Irgendwie total luxuriös und irgendwie so warm vom Duft her. Und irgendwie so ein bisschen, ja, nach wärmeren Ländern. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Aber ich finde es richtig, richtig gut. Ich finde auch die Wirkung super. Und das reicht mir tatsächlich für zweimal. Also man soll ja die obere Hälfte eben auf die T-Zone auftragen. Die unteren auf die Wangen. Und ich kann das, wo eigentlich für einmal gedacht ist, für zweimal benutzen. Und dann habe ich hier einmal eine Maske von Lavera benutzt. Und zwar die Pflegemaske Intensiv. Mit Bio-Nachtkerzen, Bio-Share-Butter. Die ist vegan und soll eben speziell für Neurothermitis geeignet sein. Und ja. Die fand ich leider nicht so gut. Und die hat mir leider vom Duft her gar nicht gefallen. Ich glaube, es liegt tatsächlich an der Nachtkerze. Denn in der Naturkosmetik riecht Nachtkerze oft so ein bisschen muffig, meiner Meinung nach. Es gab ja mal diese Schäbensmaske mit Nachtkerze drin. Die fand ich super. Aber die würde ich mir auf jeden Fall nicht mehr nachkaufen. Dann auch eine Maske, die ich richtig, richtig gerne mag. Und zwar von Luvos Heil Erde, die Hydro-Maske. Die spendet richtig, richtig schön Feuchtigkeit. Die macht aber trotzdem so ein bisschen das Hautbild ebenmäßiger. Und Lindertrötungen finde ich richtig, richtig gut. Habe ich jetzt momentan nicht da. Einfach, weil ich gerne von Luvos diese Antistress-Maske noch aufbrauchen würde. Und dann würde ich sie mir wieder nachkaufen. Und jetzt kommen wir zu den Tuchmasken. Da starte ich jetzt einfach mal mit Balea. Und hier habe ich einmal die Tuchmaske mit Kaolin Ton Erde und Grüntextrakt leer gemacht. Für unrein und Mischhaut. Die finde ich wirklich gut. Die würde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Ich finde die richtig angenehm auf der Haut. Ich finde, die fühlt sich gut an. Die passt sich gut an. Die rutscht bei mir nicht. Und ich habe auch hier wirklich das Gefühl, dass so ein bisschen Rötungen weggehen, Unebenheiten zurückgehen. Ich finde die wirklich klasse. Dann habe ich einmal von Alverde Aqua Hydro Tuchmaske Meeresalke für normale Mischhaut. Mit Hydro-Komplex. Und die sieht halt sehr clean aus von der Verpackung her. Die roch halt sehr nach Naturkosmetik. Was mich jetzt tatsächlich nicht so gestört hat. Weil ich auf dem Gesicht das tatsächlich nicht mehr so wahrgenommen habe. Ich muss aber sagen, dass die mir nicht sonderlich in Erinnerung geblieben ist. Also ich fand die jetzt nicht super gut. Ich fand die nicht super schlecht. War okay. Nachkaufen würde ich sie mir glaube ich nicht. Im Gegensatz zu dieser hier. Das war die Isana Young Hydrogel Feuchtigkeitsmaske. Und zwar ist das die goldene gewesen. Die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wie gesagt, ich war im Rossmann. Die gab es bei mir leider nicht mehr. Ich finde die richtig, richtig toll. Die hat gut gehaftet. Die hat sich gut angefühlt. Die hatte wirklich einen Feuchtigkeitseffekt und fand ich richtig toll. Und einer meiner liebsten Marken bei den Tuchmasken ist tatsächlich der Beauty Mask Company. Und hier habe ich einmal die Beruhigung und Entspannung leer gemacht. Und zwar Wassermelonen und Aloe Vera für trockene und empfindliche Haut. Die ist eben auch vegan. Die roch schon recht süß. Das muss man schön sagen. Also man roch dieses Wassermelonen auf jeden Fall raus. Die roch aber nicht zu stark süß. Ich fand die richtig gut. Die hat auch gut Feuchtigkeit gespendet. Und die hat sich gut angefühlt. Die ist nicht gerutscht. Die hat meine Haut wirklich gut mit Feuchtigkeit versorgt. Ich habe jetzt noch einmal die Orangene da und einmal die Blaue. Und dann habe ich mir im Rossmann heute neu gekauft. Das werdet ihr aber noch im Haul sehen. Und das war es tatsächlich schon von meinen Sachen. Ich habe hier aber auch noch ein Produkt von meiner Mutter stehen. Und zwar von Fah. Aloe Vera Joghurt. Die Duschcreme. Ja, fand sie gut. Fand sie angenehm. Hat gut gerochen. Hat die Haut sauber gemacht. Mehr hat sie auch nicht dazu gesagt. Meine Mutter ist da auch jetzt nicht so wählerisch. Und genau. Wie gesagt. Das waren alle Produkte. Ich habe diesen Monat insgesamt tatsächlich 50 Produkte leer gemacht. Was mir gar nicht so vorkam. So über den Monat hinweg. Und ich hoffe natürlich, dass dieses Video euch gefallen hat. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt die auf jeden Fall einmal in die Kommentare. Oder auch wenn ihr Video-Wünsche habt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr die mit mir teilt. Und jetzt würde ich aber einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.